Okay, dann lass uns mal Tarot-Karten legen. Well, I guess it wouldn't hurt to do my Tarot-Reading. Don't you worry now. I know what I'm doing. Push your vital energies into the cards. This... is your soul card. That which applies to all of your lifetimes. It's the Empress. Oh, that's a good one. What's it mean? It means that your soul's journey is one of leadership. There's great strength here. And intelligence. This card represents what you're like in this lifetime. It's the Chariot. Self-discipline. Control. You need to feel you have a plan, that you're testing your abilities. The Chariot's very masculine. In combination with the Empress, it tells me that you're currently exploring your male side. You will seek out great achievement, but it does have its prize. It doesn't sound anything like me. Yes, dear. The third card represents the other. You've pulled the magician. Who is he, dear? Excuse me? Your other, the magician. Oh, this is a very powerful card. Major Arcana. My other? Everyone has an other. Let's see. I bet it's the Schattenjager. What's his name? The Schattenjager? Gabriel Knight? A name of power. He is powerful, this one. The magician is dexterous and cunning, mischievous and manipulative. That's Gabriel, all right? And very strong with magical and occult powers. Now, this is interesting because your card, the Chariot, is all logic and reasoning, while his, the magician, is spiritual and intuitive. You two are quite a pair. The fourth card shows what you're trying to achieve at this moment, your immediate destiny. It's the Strength or Lust card. Lust? Not that kind of lust, dear. It's a trial card, finding the strength to continue some difficult journey. It also represents the integration of conflicting energies. That must be your chariot and his magician energies. Hmm. Strength also means bonding those energies, loving without judgment, learning to love the beast. Uh-huh. What is this trial, dear? Do you know? Uh, well, Gabriel and I are involved with the case right now. It will be a hard time. You must let your love give you power. Use the positive energy of your union or you may not succeed. I think you have the wrong idea. Gabriel and I just work together. Yes, dear. But if I might just suggest, when you're facing negative forces, the positive energy of love is a very vital weapon. You make yourself vulnerable when you resist your own tools. Well, that's been helpful. I hope so, dear. Yeah, she had us genau das gesagt, was eigentlich schon klar war, dass Gabriel mehr der intuitive, gefühlstemperamentvolle Typ ist und sie halt mehr die logische und, ähm, logische, habe ich gerade logisch gesagt, ja, logische und, ähm, vernunftbegabte Person, dass sie immer alles nach, äh, Muster, Schema F macht, beziehungsweise immer nach Liste abhakt, quasi. So, und Gabriels Tarot, mal gucken, was, äh, das über ihn aussagt. Maybe we should do a reading for Gabriel. Oh, let's! It's a little like spying on someone unaware, but what the heck! Reach out to the cards and to think about his essence. His soul card is the Magician. Yes, dear! It reflects your other exact like one. Well, maybe, but I'd rather hold out for David Copperfield. Of course. And his lifetime card, oh, goodness, the Lovers. You mean the sole purpose of his life is in his pants? Doesn't surprise me. It's not what you think, dear. It's a duality card. As a lifetime card, it refers to Gabriel's own duality. Good versus evil, physical pleasure versus spiritual growth, that kind of thing. His challenge is to integrate the conflicting parts of himself. Until he does, he'll never find peace. And you will find peace when you acknowledge all of him. Find a way to love the worst as you already love the best. You're really reaching. Mother. His other... is the High Priestess. Let me guess. That's me, right? No, dear. It's not. The High Priestess represents psychic mysteries, deep wisdom. This is a very different energy from your earthy one. This must be our connection. To the voice, dear! Someone is trying to communicate with Gabriel. This force is represented by the High Priestess. That's not much help. What about the Black Wolf? But it is a help, dear. The High Priestess is a spiritual guide card if ever there was one. The message must have been a warning. If this force is connected to Gabriel, and if he's so very psychic, then why doesn't it just go to him? Why say it to me? Maybe Gabriel's blocked. Maybe he's purposefully blocking. There is that duality business. Let's go on and see if it becomes clear. The fourth card, remember, represents the current situation. It's... Death. Oh. Nothing to worry about, then. Now you just leave interpretation up to me, Sugar Pie. It's a transformation card. Dying to one thing, and being born to another. It is painful, but it isn't necessarily bad. Two of wands. Oh, my. What? A two is not good here. Wands is Mars in Aries. That's a war card. In conjunction with the death card, there are two possible transformations. Two transformations? Yes, dear. Gabriel is waging a spiritual battle. The transformation might be good or evil. That must be the purpose of the high priestess. She's trying to guide him. So you think he really might be in danger? Oh, yes, dear. Gabriel's very essence is at stake. If he takes the wrong path with his powers, Emil and I will stay in town. You must let me know if anything else happens that we can read for clues. Let the Force use you. I'd better go. Anytime you need us, stop by. Be careful, huh? Thanks. Eine sehr interessante Lesung, besonders für Gabriel. Diese hohe Priesterin ist sehr interessant. Es ist weder Grace noch jemand anderen, den wir kennen. Es ist irgendeine Stimme, eine höhere Stimme, eine höhere Macht, die versucht uns zu warnen oder versucht Gabriel zu warnen, dass was nicht stimmt und die Todeskarte steht für Transformation. Die Frage ist, bloß welche Art von Transformation? Na ja, gut. Wenn wir alles später noch erfahren und auch nicht, mal sehen. Damit ist erstmal unsere Arbeit hier getan im Gasthof. Und wir gehen mal kurz zurück zu unserem schicken Schloss, weil ich glaube, wir können uns jetzt da ein Buch über Ludwig II. anschauen, eine Biografie, die glaube ich erst jetzt freigeschalten wurde. Irgendwie so war das, glaube ich. Das war irgendwie sehr komisch. Ich schaue mal kurz nach. So. Rein da. Mal gucken. Ich wünsche, ich könnte diese Biografien von Ludwig lesen. Warte mal kurz. Ludwig II. Färetäer-Krug von Bavaria. Ich habe das nicht gesehen. Ja, Englisch. Ich denke mal, sie hat das deswegen nicht gesehen, weil sie halt am ersten Tag, als sie hier war, noch nichts über Ludwig wusste beziehungsweise ihn nicht kannte und wie er aussah. Deswegen, es ist für mich jetzt die einzig logische Erklärung, wo man jetzt das Buchregal eigentlich zweimal anklicken muss, um das Ludwig-Buch zu finden. Aber egal. Wir gucken uns das wieder an und die Übersetzung ist wieder dabei, wie gesagt. Sir Raymond Chappell. Aha. Sehr interessant. Der hat es also geschrieben. Den Namen sollten wir uns mal merken. Ich glaube, der hat die auch in echt geschrieben, aber ich glaube, wir müssen ihn nachher auch anrufen beziehungsweise seine Nachfahren. So. Ludwig remained throughout his life both very bright and very naive. He was an introvert, who seemed to be constantly out of sync with traditional views of rulership, money and human relationships. The world ever failed to match his ideals. Perhaps this was a fault of his sheltered upbringing as future king. He never was introduced to the real world and the real world failed to interest him as an adult. In his youth, Ludwig was in fine physical condition and loved to hike alone in the Alps and ride horses. He had a hunting lodge, Schahen, specifically for this purpose. Unfortunately, in 1872, a rather traumatic hunting accident befell the king at Schahen and his leg was cruelly damaged. He never fully recovered from this incident and his hiking and riding ceased. His physical health deteriorated from that time on and explains why he looked so unhealthy in later years. A hunting accident? Ein sehr introvertierter Bengel gewesen, aber auch von den Eltern so gewollt wahrscheinlich und hatte einen Jagdunfall, das sein Bein quasi ja, ziemlich zerstört hat und er hat sich dann nie wieder großartig von erholt. Interessant. Er hat also eine gute Freundschaft mit der Elisabeth von Österreich und seiner Mutter und er hat immer eine Obsession gehabt mit jemandem oder wenn er eine Obsession hatte mit einem Künstler, einem Sänger oder Sänger oder und so weiter, dann hat er die halt beköstigt und bombardiert mit Geschenken, wie es ihm ging und wenn ihm halt nicht das zurückgegeben wurde, hat er halt den Kontakt abgeschnitten. Hauptinteresse waren Frauen, aber es gab auch Kerle, die er aufgrund von Theaterdarstellern toll fand. A good example of the King's obsessive behavior in relationships is the following letter from the Koeniglich Bayerisch Archives, which this author was privileged to access. It is dated 1864 and it was written by Ludwig's manservant, Paul, to a friend. The King has been in high mood these days. The reason, of course, is a new interest. Thursday last, the King attended a performance of Lohengrin in the Wittelsbacher Theater. He came back in a fever, demanding that a man be found. The man, it was gathered, had been sitting in a box across from Ludwig and had drawn the King's attention by his beauty and his deep emotional response to the performance. The King declared that here at last is a sensitive soul. The man was tracked down and brought in for an audience. Upon my word, never have I seen any mind so in line with His Majesty's own. They discussed Wagner and France and Byron and all manner of things until long past dawn. The young man, beautiful indeed to look upon met the King's enthusiasm and knowledge bit for bit. His Majesty has been in the thick of it ever since and while I welcome his good temper, I grow tired of fetching Letters back and forth to Louis, so called by His Majesty. That should tell you who the young man looks like at all hours of the night. This author has not been able to learn much about Louis, but he was known to have been a seemingly hybrid foreigner and he was involved with Ludwig as late as 1880 when he fell into disfavor. Hmm, dieser Unbekannte hieß bloß Louis, mehr weiß man nicht darüber und war ein Ausländer, der wohl bis 1880 oder bis in die späten 1880er bei Ludwig war quasi. The king, especially later in life, felt a great deal of guilt about his sensual nature. His diaries are full of repentant entries begging God for forgiveness and swearing to remain pure. In many of the diary entries, he swears to abstain from sexual relations. The number of these oath entries indicate that Ludwig was not very successful in resisting temptation, yet it is also clear that Ludwig was a godfearing man and that, though his flesh might occasionally fall, he never surrendered his heart and his conscience to sin. Okay, später also, in seinen letzten Lebensjahren ist er wieder so ein Gottesflüchtiger geworden und hat immer um Vergebung gebeten, obwohl es nicht wirklich geklappt hat bei ihm, weil er immer so ein bisschen wieder ausgeschlagen ist, aber im Endeffekt war er doch relativ rein quasi. So, das ist alles, was wir im Haus finden können, aber noch mal interessant, das soll ich mir noch stellen holen, bevor wir jetzt wieder mal zurück in die Krypta gehen, in die Kirche, weil ich glaube, da müsste jetzt die gute Gerde sein, hoffe ich mal, von der wir eh was brauchen. Halt, nee, halt ist richtig, doch, zurück nochmal, ich muss erst zu Gerde, ich wollte nämlich erst gerade die Blumenstelle holen, die wir hinten im Hinterhof hatten, des Schlosses, aber ich glaube, das geht nicht, bevor ich die gute Gerde angequatscht habe. Mal schauen, ob sie überhaupt da ist, aber eigentlich müsste sie, ich erinnere mich jedenfalls daran, dass ich sie da mal nach diesem Tarot-Ding und so gesehen habe. Äh, da lang? Jo, da ist sie und es sieht aus, als wenn sie weint. Gerde ist hier. Ich frage mich, was sie da ist. Ja, Fragen? Und jetzt kommt die Erleuchtung. Gerde war in Liebe mit Wolfgang. Boy, do I feel stupid or what? Ja, das hoffe ich doch mal. Eigentlich bräuchst du dir selbst mal schlagen. Jetzt hat sie es rausbekommen, dass sie gar nicht nach Gabriel geguckt hat, beziehungsweise sie gar nicht mit ihm irgendeine Affäre hat oder so, weil sie halt mit Wolfgang zusammen war. Und dafür möchten wir uns jetzt bei ihr entschuldigen, beziehungsweise das wollen wir jetzt ehren, indem wir, wie gesagt, den besagten Blumenstrauß holen. Dazu müssen wir jetzt allerdings wieder in den Schrank gehen, durch den Geheimgang. Und, ähm, welche war das hier? Oder hier? Ich glaube hier. Ja, und sammeln ein paar Rosen für sie, als Entschuldigung. Ist eine schöne kleine Szene, muss ich sagen. Man sieht total, dass nur der Busch vorne echt ist, oder dass im Hintergrund alles nur gerendert ist. Nur scheißen die Blumen vorne nicht mal echt. Aber es ist ja okay. Ich will jetzt so genommen, drei, drei oder vier, okay. Das muss reichen und dann gehen wir jetzt zurück. Und entschuldigen uns endlich mal in aller Höflichkeit bei der guten Gärde und begraben jetzt ein für alle Mal hoffentlich das verdammte Kriegsbeil und rauchen endlich mal die Friedenspfeife. Ich glaube, dass beide rauchen. Aber, naja. Muss ja auch nicht sagen. So, hier, bitteschön. Das ist besser, don't you think? Ich bin so sorry. Ich war ein Idiot. Gabriel und ich, wir... wir never... Ich weiß. Es ist mein Falt. Es ist Gabriel's Falt. Er never sagt mir nichts. Ich weiß nicht. warum er nicht war mir in der Lage ist. Um, vielleicht er... Don't even try to make excuses für ihn. Still, er ist zu seinem neck in es, ich denke. Will du helfen mir mit etwas? Of course. I... have to do some research on Ludwig. I want to go see some of his castles. Take Gabriel's car. There's a map of southern Bavaria in the car. Ludwig's castles are all marked. Thanks. Good luck. Ich bekomme abgegriffen, genau. Und können jetzt endlich die Schese benutzen, um ein wenig Forschung zu betreiben für Ludwig II. Das machen wir bei der nächsten Folge. Bis denn.